Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neues Video, also wir werden jetzt nicht spielen, ich wollte euch nur kurz was sagen und wollte sagen, dass ich eine Twitch-Account habe, da heiße ich AmirFrag, fragt einfach nicht warum ich mich so genannt habe, aber so zusammengeschrieben, nur Amir wird groß geschrieben, also A am Amir, ja. Und wo diese Video online kommt, stream ich gerade, also bis gleich, also wenn ihr beim Stream natürlich vorbeiguckt, ja, ciao.